Na, wir haben jetzt soweit eigentlich alles rübergeräumt. Jetzt müssen wir nur noch so ein paar Lampen und ein paar Bilder anbringen. Kennst du ja. Ja. Und mit Max Leon, wie ist es? Das ist Wahnsinn. Du, der macht mir so viel Freude. Der lernt jeden Tag was Neues dazu. Jetzt kann er klatschen, hat er von meinen Eltern. Und der freut sich dann wie so ein Schneekönig. Kann er schon was sagen? Ja. Seit Neuestem zeigt er so auf Dinge und macht so Abben, 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 Abben. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, ob er da konkret etwas meint oder ob das nur ein Laut ist für etwas haben wollen. Mensch, ich glaube, du bist wirklich richtig glücklich, oder? Max Leon. Abben, Abben. Max Leon, kommst du bitte? Abben, Abben, Abben.